Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hausflipper. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin mittendrin, weil, ganz witzig, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich ja die Geschwindigkeit des Rasenmeers erhöhen kann. Ja, und jetzt dachte ich mir, oh cool, das muss ich jetzt mit euch teilen, meine Freude. Und ja, hab dann zwar den größten Teil schon gemacht, aber ja, ich dachte mir, den Rest, das bisschen, das können wir noch zusammen machen, kann dann die Einführung noch ein bisschen quatschen. Und ja, dann haben wir den Garten ja im Prinzip schon fertig gemäht, getrimmt und ja, alles ganz nett. Ja, wie geht's euch denn so? Ist alles in Ordnung bei euch? Habt ihr ein paar schöne Tage gehabt? Ja, so, ich ärgere mich nach wie vor ein bisschen über unsere Hausbesichtigung, aber gut, kann ich zwar nicht mehr ändern, aber es ist halt trotzdem mies gelaufen. Und es ärgert mich eigentlich auch nur, weil es im Moment halt wieder keine anderen Häuser gibt, die für uns in Frage kommen. Und deswegen, ja, ist das schon. Ach, naja, ja. Und dann, mein Kind ist irgendwie, ja, keine Ahnung, der hat sich gedacht, Mensch, hier auf der Erde einfach nur so leben, das ist mir zu langweilig. Ich suche mir doch gern noch ein bisschen mehr aus und ja, nimmt so einiges mit, was man so mitnehmen kann. Wir haben also heute leckere Nudeln mit Tomatensauce gegessen und ja, am Nachmittag haben wir dann Quaddeln bekommen. Quaddeln ist ein ganz komisches Wort. Ja, Bläschen. Ja, wir haben wahrscheinlich eine Tomatenallergie. Ganz toll. Nicht. Ja, es nervt. Es ist unglaublich anstrengend. Ich finde das ganz furchtbar. Aber gut. Kann man nicht ändern. Das ist, ja, gibt schönere Dinge, wie ich finde. Ja, aber gut. So, wir wollen jetzt mal das Arbeitszimmer machen. Hier möchte ich gern mit ein bisschen Farbe spielen. Ich weiß nur noch nicht mit welchen. Ich meine, eigentlich sollte es natürlich nicht zu unruhig werden, weil es ist ja immer noch ein Arbeitszimmer. Ne? Genau. Ich finde das helle Grün ja eigentlich ganz schön. Minzgewebe aus großen Hellgelbstiefmütterchen. Hier, das finde ich cool. Dann nehmen wir uns mal so einen Stapel und dann, äh, ja, machen wir die Wände hier mal. Oder zumindest die Wand. Wie viele haben wir jetzt noch? acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nicht gut. Ähm, genau. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh, doof. Na gut, dann bleibt es halt nur bei der einen. Ah, wir können, warte, 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 wir können, upsie, einmal zu viel, es gibt gedrückt. Wir können aber die hier noch mitnehmen. Das ist okay. So. Jetzt brauchen wir Farbe. Oh, Wände, Farbe, Farbe. Limone ist ganz cool. Reife Birne. Schweres Grün. Schweres Grün ist vielleicht ein bisschen zu krass. Aber es kann natürlich sein, dass sich das jetzt voll beißt, ne? Ah, ja. Wird schon werden. Wird schon werden. Ähm, das wird sich garantiert beißen. Das, das sehe ich schon, dass das ganz furchtbar ausschauen wird, ne? Ja, das sieht ganz grausam aus. Wir müssen in einem anderen Raum nochmal Limone nehmen. Ja, reife Birne, reife Birne, das könnte was werden. Ich glaube, das ist es eher. Ja. Ja, 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 genau, mit dem Wischer. Naja, jedenfalls war das dann heute Nachmittag ziemlich lustig, weil ich dann ganz spontan mal schnell zum Dock rüber geflitzt bin. Was? Du brauchst Gips, um dieses Loch zu stopfen. Ach so. Ach herrje. Okay. Äh, Gips. Einen Eimer voller Gips. Okay. Muss ich das jetzt da mitmachen? Ändere auf Spachteln. Na toll, jetzt muss ich hier, glaube ich, erstmal den... Äh. Du musst erst Gips aus dem Eimer... Ich hab das noch nie gemacht. Oh Gott. Hab, hab Erbarmen mit mir. Äh. Ändern auf Spachteln. Hab ich doch. Ach so. Du kannst nun das Loch... Ach so. Ah, okay. Alles klar. Gedrückt halten. Ah, okay. Okay. Ah, dann muss ich das hier auch machen, ne? Okay. Uh. Interessant. Noch irgendwo? Da oben. So. Na, wenn das mal so einfach geht, ne? Ja. Das Grün ist es auf jeden Fall. Fuck, ist das gruselig. Also, das ist schon heftig, ne? Das Grün. Naja. Wir müssen mal gucken. Wir machen nicht alles grün. Das wird zu viel. Also, ich denke, ähm, dass das, äh, ja. Hier auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Muss das jetzt noch trocknen? Nee, oder? Können wir hier drüber? Okay. Naja. Ah, wie gesagt. Wir waren dann beim Arzt und die hat sich dann angeschaut. So. Was habt ihr gegessen? Was ist denn jetzt kaputt? Oh, immer noch da oben. Ja. Und meinte, wir dürfen jetzt erstmal auf alles verzichten, was, äh, auf irgendeine Art und Weise mit Tomaten und Karotten zu tun hat. Ähm, ja. Total super. Hey, hey, hey. Geiles Grün. Fast ein bisschen too much. Aber gut. Ähm, wir nehmen dann... Das ist stark. Oh, das könnte aber fast so dunkel sein. Wind und das Eis. Ja. War nicht so schön. Aber gut. Uh, das sieht aber seltsam aus, ne? Ja. Egal. Es passt schon. Ja. Zu viel Grün kann ich nicht machen. Das erschlägt einen. Also, ich finde das nicht schön, wenn die ganzen Räume in so einer krassen Farbe... Also, ich finde, die Farbe ist großartig. So sieht meine Küche aus. Ähm, an der einen Wand. Das ist die eine Wandfarbe. Ähm, total genial. Ich mag das Grün sehr gern. Äh, hups. Nachmanometer. Das geht ja schon wieder gut los hier mit unserem tollpatschigen, äh, Pinselvermal. Schauen wir mal, wie lange wir dieses Spiel mitmachen können. Okay. Jetzt ist gut. Ja, und jetzt war ich dann noch einkaufen und hab, äh, mal nach Gläschen geschaut, die nicht mit, äh, Karotte gemacht werden. Äh, ja. Hervorragend. Wenn die einzige Marke, die man eigentlich nicht unbedingt haben wollte, die einzige Marke ist, die das anbietet. Naja, jetzt nimmt man halt doch diese Marke, die man vielleicht nicht unbedingt wollte. Hm. Passiert, ne? Aber solange es dem Kind gut geht, äh, ja, macht man als Eltern doch eine ganze Menge. Und sehr gern. So. Jetzt das hier tun wir auch noch anmalen. Äh. Ja, den Gips brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Da hinten ist nämlich noch mehr kaputte Wand. Ja. Ähm, gefällt mir. Ist in Ordnung. So. Dann, ähm, mir wurde geraten oder sich gewünscht, mehr oder weniger, ähm, dass wir doch, äh, Vorhänge an die Scheiben bringen. Da hat's, ähm, sie nicht Unrecht gehabt. Und das haben wir im Letzten doch tatsächlich nicht wirklich gemacht. Ah, hier Türen und Vorhänge. Vorhänge und Jalousien. Und deswegen, ja, tun wir dies jetzt mal. Das ist bloß die Überlegung. Äh, geschlossene Jalousien zum Einbauen, Jalousien zum Einbauen. Helles Rollo. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie, ah ja, okay, das würde also genau die Breite haben. Okay. Ähm, ich finde, in einem Arbeitszimmer kann man ruhig mit Jalousien arbeiten. Ähm, ne, gerade wenn es dann, ja, heißt, äh, dass man ein bisschen, ähm, man müsste irgendwas, ja, bearbeiten und die Sonne scheint gerade, dann ist das ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, da was runterzumachen. Und ansonsten zum Lesen ist es ganz schön, wenn man, ähm, ja, das halt nicht, also wenn sie halt zu sind. Oh, nee, offen. Nein, offen. Zu, wenn man arbeitet und offen, wenn man liest. So. Genau. Siehst du, ich hätte hier gerne noch eventuell einen Sessel drin. Da muss man mal gucken. Zuerst brauchen wir mal eine Tür. Wir waren jetzt eh schon bei den Jalousien. Ähm. Ja, was nehmen wir denn? Die Schranktür nehmen wir natürlich nicht. Hier ist ja Quatsch. Das ist ein bisschen schade, ne? Ich finde, die, die Türen hier oben sind eigentlich wunderschön, aber es sind halt nur Eingangstüren, ne? Ja, dann bleiben wir halt klassisch, äh, bei der Weißen. Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung. Ich denke, so macht's mehr Sinn, ne? Ne. So rum. So rum. Macht's Sinn. So. Jetzt müssen wir hoffentlich treffen wir jetzt. Ich bin mir grad nicht sicher. Oh, ich glaub, wir haben, wir haben's geschafft. Wir haben getroffen. Ja, ich glaub schon. Okay. Gut. So, dann haben wir jetzt Vorhänge, den Schreibtisch. So. Jetzt kommt die Detailarbeit. Diesmal gebe ich mir ganz viel Mühe. Elektrische Ausrüstung. Ähm. Ja, ein Monitor. Vielleicht richtig rum. Und zwar kommt der dann nach oben. Bietet sich ja an. Dann brauchen wir eine Tastator. Ach, da gibt's noch mehr Monitore. Hm. Lautsprecher. Oh, der ist ein bisschen groß. Mit dem hab ich jetzt gar nicht gesehen, dass der so groß ist. Eine Tastatur. Andersrum. Ah. Okay. Dann eine Maus. Computer Maus. Naja. Immerhin hat's schon die Knöpfe an der Seite, ne? So. Versteh gar nicht. Müsste das nicht normalerweise eigentlich noch mehr? Ach so. Wir sind schon wieder in dem Falschen drin, ne? Ah. Hier gibt's die ganzen guten Sachen, ne? Ne, doch nicht. Äh. Ich hatte doch das eine Mal. Hatte ich doch so eine coole Maus. So eine schwarze mit grün. Dachte ich. Ich dachte, ich hätte da. Naja. Gut. Keine Ahnung. Ist halt jetzt doch nicht so da. Äh. Ein Ventilator, finde ich, ist hier durchaus angebracht, wenn's zu warm ist, ne? So. So. Mal gucken, ob wir den hier stehen lassen können. So. Wir brauchen den Computerstuhl. Äh. Möbel. Stühle. Und Computerstuhl. Hm. Hm. Da war relativ einfach. Ja. Bürostuhl. Schreibtische, Schränke. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt irgendwie... Äh. Ich bin echt verwirrt, ne? In dem Gamerzimmer haben wir doch ganz andere Sachen zur Verfügung gehabt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also ich guck jetzt nochmal, aber eigentlich müsste man ja... Jo. Versorgung, Fahrrad, Zieh, Ziehleisten. Das ist neu. Ach, hey. Ach, du Scheibenkleister. Ach, hey. Okay. Anlässe. Webcam, ich vermisse dich. Hihi. Muss ja schon sein, ne? So. So. Sehr gut. Ne? Zu so einem... Ah! Ah. Ah. Guck. Da sind die Sachen. Ha. Wusste ich es doch. Ich hab doch gewusst, dass das ein Mauspad... Äh. Ja. Bunt nehmen wir. Ich wusste doch, dass es das hier gibt. So. Das kommt wieder weg. Da muss ich nochmal gucken mit dem Monitor. Ähm. Kopfhörer. So. Dann eine Leuchtetastatur. Ich hab mir doch gedacht, dass ich das das letzte Mal... So. So. Genau. Der Computer. Geiler Scheißwein hätte ich auch gern. Das kannst du mal glauben. Oh. Den kann man hier schön verstecken. Hervorragend. Das ist zwar ein bisschen kacke, wenn man den dann da rausholen muss, weil irgendwas nicht richtig funktioniert. Akustikpanels. Okay. Hä? Man muss ja nicht übertreiben, ne? Ja. Ja. Aber scheinbar so einen Bürostuhl oder sowas gibt es halt nur die, die es wirklich gibt. Eine Weihnachtstür. Okay. Ah ja. Ich, äh... Hab noch einen Auftrag. Geht's um Weihnachten. Wahrscheinlich braucht man dann das ganze Zeug dafür. Ach, das hier ist der Gamingstuhl. Okay. Cool. Aber den machen wir hier so in... Genau. So. Dunkelgrau. Ne? Jetzt kann man da arbeiten und zocken und arbeiten und... Äh... Ja. So. Boxen. Boxen wären schon nicht auch noch schlecht, ne? Die wären schon auch schon ziemlich gut. So. Ja. Da brauchen wir zwei von. Lässt dich mal hier so eine da hin und eine da hin, wenn du dich irgendwie platzieren lässt. Ja. Genau. Okay. So. Dann wollten wir Möbel, ähm... Schränke und Kommoden. Ach, guck mal. Ich glaube, es gab ein Update. Würde ich mal so sagen. Das sind nämlich Sachen, die kenne ich noch gar nicht. Okay. Äh, ja. Das da hat mein Kind auch... So einen hat mein Kind in seinem Zimmer zu stehen. Ich verrate jetzt nicht, dass das von einer schwedischen Firma ist, von der wir das gekauft haben. Und hier genau so einen haben wir auch. Aber wirklich, aber genau so. Genau diese Wickelkommode haben wir auch. Nur, dass wir das Tal tiefer gemacht haben, weil ich und mein Mann sind nicht so groß und wir kommen da nicht so gut ran. Ja. Also eigentlich habe ich, äh, so einen Teil und... Im Prinzip nochmal so eins bloß mit so Türen da oben dran. Ist ja witzig. Ist ja witzig. So, wir wollten eigentlich ein Bücherregal, ne? Ähm, das ist die Frage... Oh, das ist natürlich jetzt nicht so das, was ich hätte. Das ist natürlich schon gern irgendwas Holziges. Ich meine, das ist natürlich, wenn das da jetzt ein anderer Ceder... Hatten wir das mit der Ceder gemacht? Wisst ihr das noch? Ich nicht. Ja, cool. Okay, das ist schon, schon grad ziemlich genial, finde ich das. Beißt sich absolut total. Tut richtig weh in den Augen. Wir nehmen mal, ähm, das da mit dem Weiß. Oder mit dem Grau. Nee, mit dem hellen Grau, ne? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, cool. Das, also es gefällt mir grad richtig gut, dass es das gibt. So. Jetzt wäre natürlich interessant, ähm, Möbel, Sessel, ach, guck mal. Ah ja, okay. Das ist, äh, schmaler Stuhl mit Muster. Ja, für den Flur, endlich. Juhu. Stuhl, äh, dunkles, helles... Ja, ne? Ist ja irgendwie schon cool, wenn man jetzt so ein bisschen das anschrägt. Oder hier so hin macht. Das war eigentlich nicht ganz so cool neben dem Eingang, aber theoretisch kannst du dir ein Buch nehmen. Kannst dich hier hinsetzen, ne? Kannst lesen. Vielleicht noch ein Hocker oder sowas? Ja, ist, äh, echt interessant, ne? Schreibtisch, Sessel, Sofas, so viel Sessel. Da ist nochmal so ein... Ich will bloß mal gucken. Ja, schon eigentlich, ne? Muss ja schon sein. Um die Füße hoch zu machen. Äh, hell. Hell. Oh, es kann ruhig dunkel sein. Zeder. So. Joa, kannst du dich hier hinsetzen? Kannst du die Füße hoch machen? Cool. Ich find das grad ziemlich genial. So, jetzt müssen wir mal gucken. Äh, Bücher. Gibt es denn... Ne, sowas gibt es nicht. Hm. Dekorationen. Blumenvase, Fotos und Gemälde. Ich hätte jetzt gedacht eigentlich, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass wir... Hm. Das ist schön. Ach, jetzt kann man... Oh, cool. Joa, wenn das mal kein Bild ist, ne? Ach, das ist ja genial. Ah, da passt die M sogar besser. Boah, Leute. Ich bin richtig, äh, geflasht und erfreut und, äh, nochmal völlig überfordert. Fuck. Also ich find das super, dass sie das gemacht haben. Ich find das richtig gut. Ähm. Obwohl ich damit grad ein bisschen überfordert bin. So. Ja, dafür, dass das ja eigentlich, ähm, ein Bücherregal sein soll. Aber ich weiß nicht, wo die Bücher sind dafür. Deswegen stelle ich da jetzt mal eine Vase hin. Ähm. Paradiesvogel. Wie groß ist die? Joa. Kleine so anders, ne? Äh, jetzt ist die Frage, können wir die hier hinstellen? Ne, die ist, glaub ich, zu groß. Ne, da brauchen wir was, ähm. Ja. Äh. Äh. Ja, eher sowas in diese Richtung. Dass das, ähm, genau. Äh. So. Kann man die hier oben reinstellen? Oder zumindest da oben drauf. Kann ich hier hoch? Ha. Tja, gewusst wie, ne? Okay, das ist so cool. Ähm. Das sind normale Pflänchen. Oregano. Das sind so kleinere Sachen. Basilikum. Wie groß ist die hier? Ah ja, siehste, genau. Sowas ist doch eher das, was ich finde, dass man gebrauchen könnte. Gut, da ist jetzt die Topfarbe ein bisschen anders, wie ich jetzt eigentlich ursprünglich vorhatte. Aber egal. Es ist ganz nett. So. Äh. Familienfoto. Hier, wir, keine Ahnung, ob die, ähm, ob hier eine Familie einzieht oder so. Ja. Wie gesagt, was natürlich eigentlich schon noch cool wäre, wären, ähm, die passt auf jeden Fall noch dazu mit rein. Achso, das ist so eine kleine, ach herrje. Gibt's hier nicht, kann ich nicht eigentlich, äh, nee. Schade. Ich hätte gedacht, dass es, äh, eine Nicht-Raster-Möglichkeit gibt, aber da gibt's nicht. Aber wir sind ja auch nicht bei Sims, ne? Ähm. Vorrat. Container. Nee. Schade. Äh, ich hätte wirklich eigentlich gern so ein paar Bücher. Oh. Achso, ist ein Hundebett. Ah, ich dachte gerade schon, ach, das wäre jetzt genau die richtige Größe. Hm. Tja. Schade. Die finde ich hier ganz cool. Äh, falls es doch nochmal irgendwie, ne, ein Sendeplan oder sowas. Okay. Gut. Ähm. Anschlüsse. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch die Anschlüsse. Äh, Anschlüsse. Und zwar brauchen wir, ähm, einen Lichtschalter. Und den machen wir gleich hier hin. Und dann, gut, sollte jetzt eigentlich nicht unbedingt da hin. Aber wo ist der, den brauchen wir? Ja, äh, wir nehmen deutsche Steckdosen, weil, ja, weil halt. So, warte mal. Jetzt stopp. Quatsch. Hier nehmen wir die eine. Äh, und dann brauchen wir da hinten mehrere. So, und zwar brauchen wir einfach mal hier. Kann man die übereinander machen? So. Ich hab keine Ahnung. Mit Steckdosen kenne ich mich nicht aus. So. Okay. Und. Oh. Hoppala. Machen wir wieder zu. Sie zieht. So. Genau. Äh, Lampen. Lampen, 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 Lampen. Wir brauchen eine. Och Gott, wie. Oh mein Gott, sind die süß. Was hört euch das an? Igel, Jojo, Waschbär-Mäki und Wildschack-Ben. Wildschack-Eck. Die sind, oh Gott, sind die goldig. Oh mein Gott, sind die goldig. Das nächste Haus muss definitiv mindestens ein Kinderzimmer haben. Es werden zwar milliardenlange Folgen, aber egal. So. Äh, Schreibtischlampe? Hallo, Schreibtisch? Schreibtischlampe? Ja, aber wir müssen, glaube ich, hier das mal noch ein bisschen, äh, dahin machen. Und dann können wir die dahin machen. So. Macht das Licht an. Ja, super. Und dann brauchen wir noch, äh, eine Deckenlampe. Oh. Es gab wohl so etwas wie ein Kinder-Update oder so. Wie mir scheint. Und, äh, Deckenlampe-Strich. Ja, du gehst mir auch ein bisschen gegen den Strich. Nee, das ist nicht so das, was ich gern hätte. Ähm. Ich würde jetzt durchaus in dem Zimmer die Halogen-Dinger nehmen. Äh, ich hab wieder nicht viele gedrückt. Weil es ja gerade, also ich geh jetzt mal davon aus, dass der so ein bisschen mehr macht, wie einfach nur Computer spielen. Und dann brauchen wir halt Licht. Ne? So. Ja. Ist gut. So. Aber, ich würde hier hinten, ähm, noch eine Lampe hinmachen. Und zwar eine stehende, eine etwas größere. Ich denke, oh, die ist ja viel cooler. Na ja. Ähm. Falls nämlich man wirklich mal nur ein bisschen lesen möchte. Die ist bestimmt ganz furchtbar. Ne, geht. Na, dann kann man sich hier hinsetzen. Und da muss noch was an die Wand ran. Da muss noch was an die Wand ran. Das, da bin ich noch nicht zufrieden. Dekorationen, Fotos und Gemälde. Äh. So, hier. Das da. Was auch immer. Das ist Bildwald im Wasserspiegel. Ah ja, okay. M. Ja. Ah ja, jetzt erkennt man so ein bisschen. Okay. Und ein Teppich. Den muss ich jetzt auch noch. Fußbundteppiche. Äh. Na toll, ernsthaft. Das ist ja witzig. Den haben sie in lila. Ach so. La 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 la. Ich habe gar nichts gesagt. Ist es jetzt Grasgrün oder ist es das normale Grün? Oh, ich vermute mal das normale Grün. So. Wahrscheinlich ist es das Grasgrün. Das erkennt man gerade nicht. Ich glaube, das ist das Grasgrün. Das geht ja mal gar nicht. Das muss schon. Muss schon das Richtige sein. Ne, das ist es nicht. Ne. Schon das normale Grün. Okay. Das ist gelb. Naja, gut. Haben wir jetzt ein bisschen Minus gemacht. Ist wurscht. Ja. Hi, cool. Ich bin äußerst zufrieden. Hervorragende Geschichte hier. Finde ich sehr schön. Ein sehr tolles. Zubehör. Apfel einmal. Vergessen. Ne, wir wollen ja, dass das hier alles irgendwo detailliert und richtig ist. Komm mal her, du kleines Ding. Du musst da mal ein bisschen weiter in die Ecke. Und dann können wir dich nämlich dahin machen. Zubehör. Unter Zubehör. Bücher. Ah. Ach du Scheiße. Jetzt ist rum. Kann man dich auch hinstellen. Äh, drehe das Objekt, drehe das Buch vertikal. Ach du Scheiße. Ja. Ähm, ich sage schon mal vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ähm, das Gefusel hier, das mache ich mal eben selber. Oder vielleicht auch im Schnelldurchlauf. Oh, es wäre doch mal wieder eine Idee, meine Männer ein bisschen zu ärgern. Ne, alles gut. Das machen wir jetzt ausnahmsweise mal alleine. Und, äh, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Zu einer neuen Runde von Hausflupper. Eigentlich müssten die ganzen Kochbücher in die Küche. Ähm, ja. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.